Hallo zusammen Ja, heute kommt das Video, das ich schon im letzten Video angekündigt habe, und zwar Was habe ich noch nie? Und ich habe angekündigt, dass man mir Fragen zu dem Thema, was habe ich noch nie, stellen kann, und jetzt habe ich hier 8 Fragen bekommen, und zwar von 2 verschiedenen Personen, einmal von Labello und Pflege und André Melina Nicola. Ja, dann fange ich gleich mal mit der ersten Frage an, und zwar von Labello und Pflege. Hast du noch nie im realen, Entschuldigung, hast du noch nie jemanden im realen Leben beleidigt? Im realen Leben beleidigt? Wann habe ich ihn schon beleidigt im realen Leben? Hm. Ich glaube, außer meiner Oma habe ich niemanden so richtig beleidigt. Ich weiß, seine Oma soll man nicht so beleidigen, weil gerade Omas sind empfindlicher. Aber meine, da hat es einen Grund gehabt. Ich habe Feld- und Wiesenblumsamen gekauft und wollte mit den Samen ein Feld- und Wiesenblumenfeld machen. Neben meinem Gemüsebeet, das ich auch schon erbaut habe. Und, ja, dann waren die Feld- und Wiesenblumsamen drin, und, ähm, die waren nicht einmal zwei Tage drin. Dann habe ich von meiner Mutter den Anruf bekommen, du, deine Oma hat deine Samen rausgekriegt. Hm. Dann wisst ihr ja, was bei mir losging. Dann ging die Alarmglocken nämlich los. Dann bin ich wieder zu meiner Mutter und habe gesagt, gib mir das Bild, wo die das rausrechte, ich gehe rüber zu meiner Oma. Ja, und dann bin ich zu meiner Oma rüber mit dem Bild, habe ihr das Bild von der Nase gehauen samt Handy und habe gesagt, du, das wenn bloß verteilt ist, dann fresse ich den Besen samt die Haare. Ja, und die Oma hat dann gemeint, ja, und die Oma, die hat dann gemeint, ja, mei, das ist ja gar nicht rausgerecht, gell, ähm, das sei bloß ein bisschen verteilt und tiefer trappt und das kann man gar nicht rausrechnen und, 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 gell. Aber ich habe natürlich schon gewusst, dass sie das rausgerecht hat, weil das hat man auf dem Bild total gut gesehen, dass das rausgerecht war. Ja, naja, ich war dann stinksauer natürlich und habe sie dann beleidigt mit blöde Kur, du dumme Dunzel, du, naja, und immer wenn sie was gesagt hat, habe ich halt dann gesagt, ja, halt dein Pappen, naja, mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen, also meine Oma, das war jetzt die einzige Person, die ich wirklich beleidigt habe, im realen Leben. Kommen wir nun zur zweiten Frage, die auch von Labello und Pflege ist, weil die ersten fünf Fragen sind von Labello und Pflege. Ja, und die zweite Frage lautet, hast du noch nie gemalt? Gemalt. Gemalt. Also, ich habe Mandalas ausgemalt, weil selber zeichnen kann ich nicht. Es gibt zwar jetzt Mandala-Vorlagen, aber das ist ja Betrug, finde ich, und wenn ich betrügen muss, um zeichnen zu können, dann brauche ich auch nicht zeichnen. Na ja. Auf jeden Fall, selber gemalt habe ich noch nie. Ich habe halt ausgemalt. Na? Wenn ihr versteht, was ich meine. Zur nächsten Frage von Labello und Pflege hast du noch nie gesungen? Lautet die nächste Frage. Ich habe, bevor ich mit den Videos für die, wo ich jetzt drehe, immer für YouTube angefangen habe, und da habe ich Liedertexte geschrieben und habe die dann auch nachgesungen. Ich habe auch zwei CDs aufgenommen. Ja, ich habe schon verrückte Sachen gemacht früher. Ich habe sogar eigene CDs aufgenommen, aber die kennt kein altes Sau, die Lieder, die da draußen. Naja, mehr verrate ich jetzt auch nicht. Und die vorletzte Frage von Labello und Pflege. Hast du noch nie gebastelt? Doch, ich habe gebastelt. Moment, das war eine Sonnenblume. Die Sonnenblume hatte ich schon mal im Kindergarten, das weiß ich noch genau. Da haben wir mal Sonnenblumen gebastelt gehabt, aber die stand schon so ewig lang rum. Und dann hat meine Oma gesagt, komm, jetzt fast 20 Jahre später nach dem Kindergarten, jetzt können wir mal wieder was basteln. Da habe ich gesagt, ja, was soll man basteln? Dann hat sie gemeint, ja, die Sonnenblume könnte man doch mal erneuern. Ja, und so kam es dann, dass ich nochmal die Sonnenblume erneuert habe. Also nochmal von neu Papier, ähm, Schere und so her und dann haben wir die Sonnenblume gemeinsam erneuert. Ist ganz schön geworden, muss ich sagen. Ich kann ja mal ein Foto von der Sonnenblume machen und das in Instagram und Twitter reinstellen. Und eventuell sogar in Facebook. Zur letzten Frage von Labello und Pflege, also zur Frage Nummer 5. Hast du noch nie jemanden verteidigt? Ähm, doch, ich habe jemanden verteidigt. Und zwar war das, da war ich noch in der Schule, das war, ich war in der siebten und den, wo ich verteidigt habe, der war, glaube ich, in der fünften. Und da hat man ganz normal Pause gemacht, wie jeden Tag. Und plötzlich kommen fünf Pflegertypen daher, so oberkohle Fuzzis halt. Ne, ihr könnt euch ja vorstellen, wie oberkohle Fuzzis ausschauen. Und, ähm, ja, ihr habt die Situation dann erstmal beobachtet, was da so abging. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich dazwischen. Und dann habe ich bloß gehört, halt dein Pappen, wir hauen dir eine in die Fresse. Und dann habe ich mich einfach reflexartig dazwischen gestellt und habe gesagt, bevor ihr den eine reinhaut, müsst ihr mir eine reinhauen. Und dann haben sie gelacht und sind gegangen. Ja, und dann brauchte ich den eigentlich nicht mehr viel verteidigen. Das waren die Fragen von Labello und Pflege. Weiter geht's mit den letzten drei Fragen, sechs, sieben und acht, die von Melina Nicola, ähm, stammen. Und zwar fragt sie mich, ob ich noch nie geraucht habe. Geraucht indirekt jetzt nicht, aber ich habe mal von einer Zigarette mal eine gezogen. Und dann war das so rau im Hals, dass ich es gleich wieder weg, also rausgepustet habe, bevor es überhaupt gewirkt hat. Mehr gibt's dazu nicht zum sagen. Also ich würde es niemandem empfehlen, dass er anfängt zu rauchen. Dann geht's weiter mit der siebten Frage, die auch von Melina Nicola ist. Und zwar hattest du nie eine Sechs in der Schule. Ja, und ähm, meine Noten waren früher in der Schule nie Soda-Werner. Ich hatte fast keine Einsen, keine Zweien, Dreien, Vieren und so. Ich hatte nur ein einziges Mal eine Eins in Mathe. Aber da habe ich mich so dumm angestellt anscheinend, dass ich da Eins gekriegt habe. War wahrscheinlich Mitleid vom Lehrer. Naja, auf jeden Fall, ich hatte einen Haufen Sechser in der Schule. Ich weiß zwar nicht mehr genau in welche Fächer, aber ich hatte hin und wieder mal eine Sechser. Naja, zum Teil war auch die Rechenschwäche schuld, die ich habe. Und, ähm, ja, da ist klar, dass man einen Sechser bekommt mit Rechenschwäche. Könnt ihr ja verstehen. Aber ich habe mir nie was draus gemacht, weil bei manchen Rechnungen habe ich mir gedacht, hier braucht man eh nie im Leben. Naja, egal. Kommen wir nun zur letzten Frage, die auch von Melina Nikola ist. Und zwar, hast du nie einen Telefonstreich gemacht? Nein, ich habe noch nie einen Telefonstreich gemacht. Ich bin nicht so einer, der Telefonstreiche macht. Meine Kumpels haben mal Telefonstreiche gemacht. Und ich habe in YouTube gesehen, dass manche YouTuber sogar Telefonstreiche gemacht haben. Aber ich kann irgendwie das nicht mit denen Telefonstreiche. Ich traue mir das nicht. Ich muss immer gleich zugeben, ich habe mich verwählt. Ja, das waren jetzt die Fragen zu, hattest du noch nie? Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht. Ich werde eventuell ab morgen Abend, ich kenne dann nämlich einen Fachmann, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann, wie ich ein Intro machen kann. Ich habe nämlich von einem anderen YouTuber, ich weiß jetzt bloß nicht mehr mit dem sein Kanalname heißt, aber sobald ich es weiß, werde ich den Namen dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich von dem ein Intro erstellt bekommen und das werde ich morgen versuchen rein zu bekommen. Und ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass morgen oder spätestens übermorgen ein Intro in meinem Kanal vorhanden ist. Und das Intro ist fertig, sage ich euch. Ich finde das Intro spitzig. Ich habe es schon dreimal angehört. Und ich freue mich schon, wenn ich das Intro präsentieren kann. Ja. Ja und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ihr könnt mich, damit ich weiß, ich kann irgendwann nochmal so eins machen, wenn genügend Fragen vorhanden sind zu dem Thema. Und ihr könnt mir auch Fragen zum Gegenteil stellen. Was hast du schon mal gemacht? Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und ihr könnt mich wie immer abonnieren. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei den 73 Abonnenten bedanken, die mich bereits abonniert haben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Freitagabend und einen guten Start ins Wochenende. Habe die Ehre. Wir sehen uns.